Die zweite Explorer Note wurde bekannt gegeben vom Dear Jane Event. Wo ist diese zu finden? Ganz einfach bei den Koordinaten 82,7 und 34,7. Hier fix die Umgebung. Eins in der Nähe vom roten Obelisken. Da hinten ist er. So sieht die kleine Tasche wieder aus. Eigentlich ganz gut auch zu erkennen, denn der Boden ist jedes Mal so komisch editiert. Keine Ahnung, was hier jetzt mal vergessen wird, aber es sieht auf jeden Fall scheiße aus. Was ist jetzt neu bei den Skins? Neu ist einmal Mei Yin Li. So sieht die gut aus. Das Ganze gucken wir uns nochmal richtig an. Auch hier am Schatten haben sie leider nichts geändert bisher. Sehr, sehr schade. Also ich meine, wir haben jetzt hier gerade Mittagszeit eingestellt. 15 Uhr. Da ist die Sonne am krassesten, aber es ist echt egal, zu welcher Uhrzeit man sich das Ganze anguckt. Der Charakter wird immer so dolle Schatten haben. Wenn ich jetzt Anus stelle, so sieht es halt echt geil aus. So sollte es permanent überall sein. Der Schatten sollte nicht so heftig sein. Das ist nur mein Anspruch. Dann haben wir Mei Yin Li-Skin Nummer 2. What the fuck? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie der eigentlich heißt, weil ich die Serie gar nicht schaue. Aber auf jeden Fall könnte jetzt aussehen wie ein Professor. Der ein bisschen irre aussieht. So ein wenig. Dann haben wir jetzt hier den Raptor-Skin. Und der ist so cool. Keine Ahnung. Also, ich feiere das halt so hart. Ich mag den mega, den Raptor-Skin. Und, keine Ahnung, das würde für mich sogar ein Grund sein, mir ab und zu auch Raptoren zu tamen, obwohl sie im PvP eigentlich mega useless sind. Aber es ist irgendwie cool, auch so einen Comic-Raptor zu reiten. I don't know. Ich weiß nicht. Ich finde das so witzig. Und dann haben wir noch den passenden Rex-Skin dazu. Skins und neue Folgen sollen wohl jeden Dienstag und Donnerstag kommen. Ob sie es einhalten, ja, werden wir sehen, ne? Aber ja, das ist alles. Viel Spaß beim Suchen und beim Ausprobieren.